Ja, da sind wir wieder beim dritten Versuch eigentlich, aber das Problem ist, ich bin noch auf der Suche nach diesem Glitch. Wieso die keine Marktstände? Selbst wenn ich mehrere im Lagerhaus einbringe, keine Marktstände aufbauen. Ich habe es einmal im Offscreen versucht, mal mit einem Gerber einfach gebaut. Ich dachte zuerst, vielleicht zählt der doch nicht Leder. Doch, das Leder zählt ohne Probleme. Das haben die direkt mit Stand aufgebaut, direkt benutzt, direkt angebracht. Aber das Problem ist, immer wenn ich, und das muss ich ja auf der hohen Schwierigkeitsstufe, also im Hardcore-Modus, wenn ich Familien wechse, dann gehen oft diese Stände ja, werden die verweist und dann nimmt die auch keiner mehr an. Und ich sehe da bisher auch, hätte ich gesagt, gar keinen Weg, das in irgendeiner Weise anders zu machen. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich will ja aus dieser Phase der Unzufriedenheit hinaus im Test, also auch im zweiten Versuch hier, da war es ja eigentlich schon so weit, dass ich sage, ja, das haben wir eigentlich so gut wie. Denn wir waren ja eigentlich sehr knapp dran, das Ganze zu bestreiten. Problem war halt einfach, dass die Kleidung nicht ankam. Also bestreiten heißt, dass wir den Anfang überleben, denn die militärische Aktion, dass der Gegner alles eingenommen hat und so weiter, wir sehen ihn ja auch wieder hier, das haben wir natürlich noch lange nicht geschafft. Banditen haben auch keinesfalls irgendwo abgewehrt. Das ist also natürlich noch gar nicht so der Fall. Okay, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Wir haben es zumindest geschafft, irgendwie dann, oder hätten es dann geschafft, die Stabilität zu gewährleisten. Irgendwas ist da sehr merkwürdig. Dann gibt es noch eine Sache, ich werde hier immer dieses Lager upgraden zum Arbeiterlager. Vorsichtig dabei ist aber, dass dann sofort diese tolle Bedürfnisse anfangen mit Kirche und so weiter. Das heißt, das darf man nicht sofort machen, auch das habe ich mal probiert. Sollte man nicht tun, man sollte es schon machen, wenn man einigermaßen Ressourcen bringen kann. Außerdem versuche ich den Speicher direkt zu bauen, um möglichst Nahrung vom Kaputtgehen abhalten zu können. Denn innerhalb von zwei Tagen oder so ist da sofort das Problem der kaputtgehenden Ressourcen da. Das heißt, ich versuche beides, sowohl Brenner als auch Brot zu retten. Ist sehr schwer, aber versuchen wir einfach mal. Danach käme dann erstes im Jägerlager. Weil dann sollten wir eigentlich einen ruhigeren Start haben, ja, ruhig in dem Sinne, dass alles andere, sonst Katastrophal läuft und diese Bugs da vorhanden sind. Dass ich die hier leider auch noch nicht ausmerzen kann. Also ich werde jetzt hier einfach meinen Marktplatz nachher hinbauen und ich warte jetzt auch erstmal, bis alles steht vielleicht. Ja, das hat schon mal ganz gut geklappt. Direkt beides zu rushen, das hat uns nämlich 20 Brennholz gerettet und 16 Brote. Es sind trotzdem ein paar Sachen kaputt gegangen. Aber ihr seht, wir haben da jetzt deutlich mehr übrig. Bei manchen Durchgängen oder beim R2, glaube ich, hat man eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, ich erniedrige hier mal wieder die Leute. Und wie gesagt, ich hatte die Sache gemacht, dass ich zwei Leute hier eingelagert habe, weil die ja dann Brennholz und Leder verkaufen sollten. Hat trotzdem nicht geklappt. Ich weiß ja nicht. Ich glaube halt, es ist ein Glitch. Aber ich muss halt auf eure Reaktion warten, was ihr dazu sagt. Ob es ein Glitch ist oder ob ihr sagt, naja, nee, guck mal, du hast da irgendwas vergessen. Was natürlich auch durchaus sein kann, weil ich spiele zwar Hardcore, aber das Spiel ist ja gerade raus für Otto Normalverbraucher. Für natürlich mächtige Influencer nicht, aber für uns Otto Normalverbraucher. Das heißt, ich habe es natürlich in dem Sinne nicht gespielt. Und ich habe es auch nur angeguckt auf ganz normalen Modus. Und daher kann ich auch dazu nicht sagen, hey, das war jetzt besonders stark oder da war besonders unter Druck. Das heißt, das könnte irgendwie da viel ruhiger zugegangen sein. Ihr seht ja, wie schnell das hier eskaliert, wenn wir einmal anfangen, die Häuser zu bauen. Deswegen kann ich das auch damit nicht so wirklich bewerten. Ansonsten kommen natürlich die üblichen Sachen. Wir werden uns alle Leute festfinden, kennenlernen, sage ich mal, die Räuber kennenlernen und werden unser Holzfällerlager bauen. Natürlich, das muss einfach. Wir müssen aber jetzt, da wir das Brennholz gerettet haben, erstmal keinen, und das ist schon mal, glaube ich, ein großer Vorteil, keine Brennholzhütte bauen. Ich glaube, das ist einer der zentralen Vorteile. Das heißt, wir können jetzt schon direkt mal auf Wasser und auf die Sägegrube gehen, damit wir, oder eben auf genau das hier, Industrie, den Gerber, damit wir hier halt direkt mal die Ressourcen machen können, also herstellen können. Wir müssen also erstmal wieder auf Vollzern. Schade auch, dass mal nichts passieren kann, wenn man die Ressourcen nicht hat. Finde ich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, mal so hier außerhalb des Hardcore-Spielens sehr nervig, weil ich würde jetzt schon mal gerne das hinstellen können und nicht warten müssen, bis ich vier von diesen Dingen habe. Ja, ich weiß, ihr wünscht euch einen Marktplatz. Den kriegt ihr aber erst später. Momentan will ich nur Obdachlosigkeit ticken haben. Vielen Dank. So, wir sind weiter und wir haben es geschafft, hoffe ich, jetzt alles zu versorgen als Stand. Das Problem ist natürlich, ich darf jetzt keine von diesen Familien, das ist ganz wichtig, keine von diesen Familien hier raus bewegen, glaube ich, sonst bricht der Stand direkt wieder ab. Das heißt, die Gerberei muss jetzt für immer laufen. Das heißt, jetzt muss es fluppen. Ich habe die Kirche aufgebaut, bevor ich upgradet habe, wie das Arbeiterlager, bevor ich die ersten Hofstätten wollte, habe ich zuerst die Kirche gebaut, zuerst den Gerber gebaut. Da gab es dann eine Kurzphase, wo es bei 20% lag, das, was wir ja schon kennen. Und dann hat es sich stabilisiert, weil ein neuer Monat genau da war. Wäre auch schön, wenn man ein bisschen genauer sehen könnte, welche Zeit ein Monat war. Man könnte es eigentlich ein bisschen, ich sage mal, mit Max, wenn man sagt, okay, am Ende des Monats ballere ich jetzt schnell nochmal die Zufriedenheit runter und dann haue ich es wieder hoch, weil das ja immer so 30 Tage basiert ist. Jetzt momentan sind wir positiv dabei, haben aber noch die Obdachlosigkeit und die Vielfalt, die gefehlt hat, vom letzten Monat dabei. Ja, und natürlich ist unser Kamerad hier wieder ordentlich am Gönnen. Er hat sich jetzt hier unten das Gebiet geholt, bzw. nimmt das jetzt gerade ein, wie ihr sehen könnt. Ich könnte jetzt hier angreifen. Also theoretisch, habe natürlich gar nichts, von daher nein, tun wir nicht. Und warten eigentlich nur darauf, dass wir jetzt erstmal die Häuser haben und die neue Stufe haben, um dann eben irgendwo versuchen zu können, ja, schon mal wirklich in die nächste Phase zu kommen, beim dritten Versuch. Ein Meilenstein, guckt es euch an. Wir haben es geschafft. 51 Prozent. Oh mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Das ist unfassbar. Und das Arbeiterlager zählt halt als fünf, also Behausung für fünf Personen, was super cool ist. Das heißt, wir dürften auch jetzt schon neue bekommen. Bitte, bitte. Weil wir brauchen dringend Arbeiter. Wir haben nicht keinen in der Holzfelderlager, weil ich halt eine Baugruppe brauche. Ich darf die drei ja nicht entfernen hier. Und das Arbeiterlager natürlich auch nicht, weil ich brauche sowohl die Nahrung als auch eben die Häute, um halt das Leder herzustellen. Aber es ist zumindest mein Meilenstein. Wir haben es geschafft. Das heißt, wir können uns jetzt mal auf die 260 Tage, kommt der Angriff, fokussieren. Schon mal sehr gut. Wir hatten letztens, als ich geguckt hatte, 180 Tage, glaube ich. Das heißt, wir haben es deutlich schneller geschafft. Die Strategie funktioniert also. Zuerst die beiden Lager. Dann erstmal ganz gemütliche Ressourcen sammeln. Die Obdachlosigkeit ticken lassen. Dann erst Kirche und die Gärbe in Auftrag geben. Dann das Arbeiterlager upgraden. Und dann kann man dann wirklich diese Versorgung gewährleisten. Und halt, ja, der Bug hier, dem nach wie vor das große Problem, ob ich den nochmal habe gleich. Dann würde ich wirklich den PC langsam aus dem Fenster schmeißen. Denn das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ja, und jetzt warten wir eigentlich nur darauf, dass hier Hofstätten gebaut werden. Wir brauchen natürlich immer noch Ressourcen. Ich habe jetzt gar kein Bauholz mehr. Das heißt, ich müsste hier auch wieder eine Familie reinsetzen. Ich will aber erstmal diese Hofstätten natürlich haben. Sonst haben wir natürlich wieder immer die Hühner gemacht. Das kennt ihr ja mittlerweile. Hier hat er eigentlich auch, stand da auch bei mir, dass da noch ein extra zu wäre. So ein kleines zumindest. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Aber ihr seht es, 54%. Das ist auf jeden Fall Meilenstein. Den können wir uns für diese Runde auf jeden Fall schon mal gönnen. Oh, der nächste Meilenstein. Wir haben eine neue Familie, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich eine sechste Familie. Das heißt, wir können das Holzfelderlager Juhu endlich durchgehend betreiben. Wir können vielleicht sogar bald ein Upgrade uns auch gönnen. Das ist auch ziemlich gut, wenn wir halt jetzt gleich volle Hofstädte haben. Geben wir auch unser Upgrade im Dorf. Ihr könnt ja oben immer nachgucken, welches Dorfstufe ihr habt. Wir sind momentan bei gar nichts und müssen erstmal fünf Hofstädten bauen. Das ist ja das, was ich schon mal im Video meinte. Im Startvideo. Dass ihr das auf jeden Fall schnell machen müsst. Auf der Schwierigkeitsstufe ist halt schnell, naja, nicht wirklich so möglich. Aber ja, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben sechs Familien und wir haben jetzt auch die fünfte gleich. Und dann sind wir auf jeden Fall Richtung Handelsposten und Waffen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir natürlich irgendwo Waffen produzieren. Weil unser Angriff oder der Angriff steht vor. Wir müssen uns verteidigen können. Okay, da habe ich schon wieder gemerkt, ich habe nicht mehr aufgenommen, weil ich ein sehr intelligenter Mensch bin. Wir sind einiges weiter. Fasse ich die Situation mal etwas zusammen im dritten Versuch. Bisher klappt es ganz gut. Ihr seht, die Zufriedenheit ist da. Ich versuche die Situation jetzt mal so zusammenzufassen, wie ich in den zehn Minuten, die ich gelabert habe, alles erzählt habe. Oh, wieder mal typisch. Also, wir haben auf jeden Fall neue Familien. Ihr seht, wir haben neun Stück. Ich habe mich da wirklich drüber gefreut. Und ich kann auch noch mal bestätigen, ja, das klappt sehr gut. Aber ihr seht gleichzeitig auch die Vorräte. Wir haben keinen Brennaus mehr, weil wir müssen hier die ganze Zeit unsere Familien hinterher schieben. Was wir gemacht haben nämlich, ist erstmal einen Handelsposten bauen. Den kann ich aber jetzt erstmal auch mal rausnehmen, weil wir haben gerade gar keine Bretter, um die zu verkaufen. Wir verkaufen Bretter. Einzige, was wir einfach haben, was wir verkaufen können. Alles andere können wir nicht verkaufen. Ihr seht es, Nahrung überhaupt nicht. Brennstoff baue ich gerade wieder so ein bisschen auf, damit da was länger hält. Ja, und Leder wollen wir auch nicht verkaufen, weil sich unsere Tiere gerade regenerieren, wir die gerade nicht jagen können. Das heißt, da haben wir momentan gar keine andere Wahl, als Bretter zu nehmen. Dann habe ich hier unten eine Bogner-Werkstatt gebaut. Habe ich auch lange drüber philosophiert. Fasse ich auch mal ganz kurz zusammen. Was hatten wir für Optionen? Also wenn wir so ein Haus angucken und hier mal jetzt zum Beispiel auf diesen Stall hier gehen, dann seht ihr, oder diesen Hühnerstall gehen, dann seht ihr, wir können mehrere Optionen haben. Wir haben die Schreinerei, da können wir Schilde produzieren und wir haben oben die Schmiede, da können wir Sperre und Seitenwaffen, also Schwerter und Echse wahrscheinlich produzieren. Problem ist halt, da brauchen wir schon zwei Level 2 Hofstätten. Und diese Level 2 Hofstätte ist schon ziemlich sauer. Die wird uns immer negative Sachen bringen, weil Mangel an Unterhaltung, zu schwache Kirchenstufe und so weiter und so fort. Das heißt, wir können uns dafür noch nicht so viel leisten. Auch, und das ist auch wichtig, wenn wir dafür eine zweite Hofstätte bräuchten, um die nächste Stufe, also mittleres Dorf zu erreichen und dadurch nochmal einen Entwicklungspunkt bekommen. Den haben wir ja in Fallenstellen reingesetzt. Wir könnten aber zum Beispiel verbesserte Tierverwertung nehmen für doppelte Menge an Fleisch von eben Jagdprodukten, was ziemlich, ziemlich gut wäre für uns. Oder halt in bessere Waffen und so weiter. Das sind so Sachen, die ich aber noch nicht machen will, bis ich sehe, ob der Angriff überhaupt überlebt. Weil wir sind erst im dritten Versuch. Es kann sein, dass wir einfach komplett verkacken. Egal. Auf jeden Fall, hier werden Bögen produziert. Warum? Ja, Bögen brauchen wir einfach nur, ihr seht es hier, Bögen. Das heißt, wir haben jetzt 16 Personen, die Bögen haben. Und diese 16 Personen können wir jetzt immer zusammenrufen, indem wir hier sammeln sagen und die dann irgendwo hinschicken. Bei den anderen bräuchten wir halt jeweils zwei Waffen oder halt Stangenwaffen, die wir aber einfach nicht produzieren können momentan. Stangenwaffen. Also zumindest nicht, dass ich es sehen könnte. Wir können ja nur die Seitenwaffen und die Sperre produzieren. Das heißt, wir bräuchten auch Schilde. Dann habe ich eine Handelsposten gebaut, habe überlegt, könnten wir darüber Waffen holen. Nee, können wir nicht. Natürlich nicht. Warum nicht? Ja, weil, guckt euch diese Kosten an, die wir brauchen, um eine Route überhaupt zu eröffnen. Das ist unfassbar. Ich finde die Kosten dann insgesamt, wenn man es jetzt reinholt, 17 ist okay, finde ich, für den Spieler. Klar, ist er teuer. Aber insgesamt dafür, dass es halt schon ein fertiges Produkt ist, was man gut gebrauchen kann, ist das gar nicht schlecht. Wir könnten natürlich auch noch mehr so Rüstungen gebrauchen, um unsere Einheiten einfach zu verstärken. Können wir uns aber momentan einfach nicht leisten. Ihr seht halt, die Kosten sind halt extraordinär. Ja, ansonsten gibt es hier auch vom Handel her nichts. Deswegen habe ich mich entschieden, halt diese Bogner-Werkstatt zu machen, um einfach mal im dritten Versuch zu sehen, okay, klappt das mit so einer Bogen-Miliz oder nicht? Und dann hoffe ich halt, dass wir so ein paar Bretter verkaufen und dann noch genug Gold haben. Und gegebenenfalls, falls es nötig ist, da können wir hier Söldner rekrutieren. Ihr seht, die sind recht teuer. Also da braucht man schon ordentlich Asche. Aber ihr könntet halt trotzdem für 60, was, wenn man einigermaßen gut Holz oder Bretter produziert, schon möglich ist. Also die Händler kommen massiv schnell, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte da schon mit mehr Problemen gerechnet. Das geht also schon ganz gut. Sonst seht ihr natürlich, die KI nimmt sich langsam alle Gebiete ein. Bald sind wir da auch dran. Auch dahingehend müssen wir natürlich unsere Waffenproduktion leisten. Es ist aber erstmal wichtig, dass wir unsere Nahrungsproduktion stabilisieren und unser, komischerweise, elf Brennholz, die wir für brauchen, zu stabilisieren. Müsst ihr dann denken, jede Familie braucht eins, deswegen passt das ja. Wir haben acht Familien, neun Familien. Wir haben acht Wohnungen. Ich baue gerade noch die letzte Wohnung hier unten. Einen habe ich schon mal reserviert für später. Und dann müssen wir halt natürlich auch pro Monat immer dieses Brennholz bereitstellen. Das heißt aber immer, wir verlieren hier Familie. Ich glaube, das ist die ganze Zusammenfassung, die wir haben. Ansonsten ein Upgrade der Kirche würde viel zu viel kosten. Das können wir uns einfach momentan nicht leisten, bis dieser Angriff da ist. Und wir wirklich wissen, wie schlimm ist dieser Angriff. Ist der wirklich massiv schlimm oder eben nicht? Das ist die Frage. Wenn wir den locker abwehren können, dann sind wir auf jeden Fall einen Schritt weiter. Wenn wir da darunter untergehen, dann kommt Versuch 4 und dann weiß ich ja, okay, worauf ich mich einlassen muss und wo wir noch spezialisieren müssen. Ja, ich glaube, dann habe ich jetzt alles nochmal zusammengefasst, was ich eben in den 10 Minuten, 15 Minuten gebrabbelt habe. Nach wie vor, die drei hier können wir nicht wegsetzen. Ich will nicht diesen Standpack haben. Das heißt, diese drei Gebäude werden für immer so bleiben, damit der Marktplatz auch wirklich funktioniert. Weil das ist ja für mich schon Meilenstein, dass wir überhaupt den Marktplatz am Laufen bekommen haben. Und ja, ihr seht es halt, eine Nahrung, Brennstoff, das sind jetzt die großen Probleme. Und Obdachlosigkeit war jetzt eine Familie, denn ich habe, wie ihr sehen könnt, das Standardlager abgerissen. Das bietet nämlich fünf Familien Platz. Das bringt uns aber eher so einen Fake-Platz, weil die trotzdem als obdachlos gelten, auch wenn es keinen richtigen Abzug gibt. Ist auch minus vier, aber das ist okay. Ich glaube, zwei pro Familie oder sowas. Auf jeden Fall war das halt okay. Ich baue jetzt die letzte Hütte, damit wir einfach damit aufräumen können. Ja, und dann seht ihr, wir haben zwei Familien jetzt frei, weil ich da oben die Handelsposten freigeräumt habe. Das heißt, wir können jetzt hier wieder einsetzen, wollen aber halt langfristig diese Bären hier haben, die, ja, wie gesagt, sehr weit weg sind. Aber wir brauchen unbedingt Nahrung. Das ist das Problem. Wir brauchen dringend Nahrung. Denn auch bald der Winter kommt ja auch bald schon wieder. Deswegen müssen wir da dringend dran arbeiten. Ja, der Händler seht ihr, der kommt wirklich, also da könnt ihr wirklich die Zeit nachstellen. Der geht so auf die langen, das ist schon sehr angenehm. Also wenn man genug Bretter hat und halt eine Familie drin hat, kann man dann immer ordentlich Reibach machen. Das kann ich nur empfehlen, das sehr schnell zu tun, wie ich ja auch schon in meinem Video erstellt habe. So, jetzt haben wir auch alle wieder, ne, nicht obdachlos. Die müssen sich natürlich jetzt wieder versorgen, ist ja klar. Das ist logisch. Und, ähm, ansonsten sieht es erstmal stabil aus. Wir müssen halt nur abwarten, was sagen die Räuber. Oh, wir haben jetzt eine richtig schöne, fette Ladung bekommen. Wir haben gerade 25 Holz verkauft, oder Bretter verkauft. Richtig lecker. Mein Gott, ist das lecker. Das war gut, ey. Jetzt haben wir 70 Vermögen. Das heißt, im Notfall können wir jetzt auch schon was rekrutieren, glaube ich. Ja, sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt schon hier diese leichte Söldner-Infanterie, leichte Söldner-Sperrkämpfer holen. Damit sind wir eigentlich, glaube ich, vorbereitet. Natürlich möchte ich noch immer, dass es besser wird. Nahrung sieht dann immer Probleme, oder Brennstoff vor allen Dingen. Wir haben jetzt unser gigantisch weit entferntes, ähm, Bärenlager hier im Nirgendwo. Komm mal durch. Ja, trotzdem bringen die natürlich Nahrung ein, Das Problem ist halt, jetzt haben wir wieder zu wenig Familien, ne. Ihr kennt das Prinzip. Wir haben nämlich jetzt wieder eine hier zu wenig. Aber ansonsten stabilisiert sich das schon mal ganz gut. Bald müssen die Jäger auch mal wieder loslegen können, denn jetzt sind wir bei 10. Ähm, müsste also dann auch mal möglich sein, dass wir da was hinkriegen. Ich schmeiß dann auch immer jetzt hier die, die Familie wieder raus. Schmeiß die dann hier wieder rein. Sodass wir hier tatsächlich immer, wenn wir so 20 Bretter haben, die wir verkaufen können, für 40, 50, die waren es ja 50, dass wir immer so ein bisschen dazugekommen, um dann eben notfalls hier nochmal was zu ergänzen zu können. Ne. Das ist ja tatsächlich langfristig, dass die Idee, manchmal habe ich, ich habe zum Beispiel diese Hofstätte, da bin ich mir 100% sicher, auch mit so einem Hinterhof gemacht. Irgendwie ist da nichts angekommen. Man muss ja auch nicht bei jedem sein. Ich weiß, eigentlich gibt es da keinen Nachteil für, aber hat halt einfach nicht geklappt. Ähm, ja, aber hier könnte man jetzt zum Beispiel schon wieder einen Hühnerstall bauen, was natürlich cool wäre, Gemüsebeet, so dass wir da einfach noch ein bisschen Variation haben. Wir haben nämlich jetzt, glaube ich, auch gleich unser erstes Gemüse, denn jetzt ist Erntezeit, wir haben ja jetzt Herbst. Das müssen eigentlich die ersten, ihr seht schon, die sehen recht saftig schon aus, müssen eigentlich auch die ersten Karotten kommen. Also versucht drei, natürlich muss ich wohl sagen, davor habe ich ein bisschen umexperimentiert wegen des Bugs hier, der nach wie vor in meinen Augen existiert, weil hier diese drei Sachen, ich kann die nicht umlegen, aber der läuft gut. Also jetzt ist halt die Frage, was passiert militärisch? Das war jetzt alles ja Geplänkel. Ihr seht ja, die KI nimmt ein und die Banditenlager werden auch mehr, wobei andererseits, die KI nimmt die ja eine Gebiete, wobei die Banditenlager scheinen da drin zu bleiben. Ich dachte eigentlich, die würden dann auch verschwinden. Aber die anderen hat er ausgelöscht. Das waren ja mal zwei am Anfang und es ist auch noch eins gespawnt. Das heißt, es ist noch eins übrig, der wird die wohl beseitigen dann. Das heißt, da müssen wir eigentlich gar kein Problem, also gar kein Problem haben. Denkt eben dran, diese Banditenüberfälle kommen aber eben aus, ja, aus dem Nichts heraus. Was wir jetzt noch machen müssen, natürlich auch wieder eine Familie, ist natürlich ein Forsthaus, was eben auch wieder eine wichtige Sache ist, die wir momentan noch nicht haben. Sollten wir aber auch schon mal setzen und dann, ihr wisst es, das Hin- und Herspiel machen zwischen diesen drei Gebäuden hier, damit das in irgendeiner Weise funktioniert. So, wir haben jetzt noch einen Punkt, den mir gerade aufgefallen ist. Wir haben jetzt unsere Miliz maximal, wir haben nämlich nur 18 Männer. Das heißt, wir können auch nur 18 Einheiten rekrutieren in unserer Miliz. Mehr geht einfach nicht. Ich hoffe, das reicht dann auch. Wir könnten dann eigentlich die Kriegsbögen verkaufen. Ich habe gerade mal reingeguckt. Wir könnten ja hier Kriegsbögen für 5 verkaufen. Wir haben 33 nämlich. Das heißt, wir haben 15 zu viel. Das heißt, wir könnten ja sagen, okay, ich will auf 15 den Überschuss haben und der Rest kann verscherbelt werden. Übrigens 5. Die Frage ist nur, und das muss ich sagen, gefällt mir beim Spiel schon mal nicht. Denn wie viel kostet ein Bogen? Ich gehe jetzt mal davon aus, natürlich, jetzt können wir sagen, er sagt ein Korinthen-Kacker, aber ich gehe jetzt mal davon aus, ein Brett, ein Bogen. Aber ich weiß es halt nicht. Es müsste mir hier angezeigt werden, ganz konkret, ja, ganz konkret, wie viel kostet ein Bogen? Offensichtlich, denke ich, ein Brett, ein Bogen, aber denk mal an schwierige Güter. Da müsste man ja schon genau wissen, wie viel das kostet. Das heißt, wir würden ein Brett in 5 umwandeln, statt 2 Bretter? Ne, ein Brett in 2. Ist besser. Ist halt nur die Frage, ob wir es nachher dann nochmal vielleicht in einer anderen Sicht brauchen. Hm, weiß nicht. Also, ob man das, also dann würden wir das hier halt abstellen, kein Handel erstmal und würden dann das hier aktivieren. Das ist natürlich 60 Volt oder auf Regionsvermögen. Was wir halt das Problem haben, ich glaube, ich würde erstmal den ersten Angriff abmachen. Dann würde ich mich darüber entscheiden, weil ich will halt für Notfall einfach noch eine Söldner, ein Söldnerbataillon anwerben können. Ihr seht, die haben sich auch schon wieder leider verändert. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Briganten und schon wieder halt Söldner, Bogenschützen oder Bogenschützen. Wir haben ja eigentlich schon genug Bogenschützen. Und das Problem ist auch, die kommen auch immer leider irgendwo komisch an. Zum Beispiel, wenn der jetzt in Nusslua ankommt, weiß ich halt nicht, ob der mich jetzt dann irgendwie direkt angreift oder sowas oder ob ich dann tatsächlich auch mit denen arbeiten kann. Werden wir natürlich sehen, sonst ist Versuch 3 halt dann wieder kaputt. Dann müsste man eine andere Strategie überlegen. So, der Moment kommt gleich. Neun Tage und der beim Banditenangriff beim Bieten. Ja, Banditenangriff kommt. Ja, bin mal gespannt. Bin, bin gespannt. Wir haben genug Geld, um uns Söldner zu holen. Die spawren allerdings dann irgendwo anders. Wir haben 18 Bogenschützen. Frage ist, wie viel kommt da jetzt wirklich? Das ist ja die Frage. Ich meine, dass sie, wenn die jetzt kommen, auch nochmal laufen müssen. Also es kann sein, dass das auch noch länger dauert. Vielleicht haben wir Schwein. Da müssen wir nicht direkt damit reagieren. Wir haben 73 Regionsvermögen. Ich kann momentan jetzt noch nichts wirklich an Brettern wieder produzieren, weil wir eben immer wieder hin- und herswitchen müssen. Das habe ich ja jetzt schon mehrmals erklärt. Den Fürstern haben wir jetzt am Laufen. Ihr seht, da ist natürlich alles hier wirklich brutal abgeholzt. Wir dürfen auch hier nicht hingehen. Das ist wichtig. Die Tiere dürfen nicht verschreckt werden. Deswegen müsste ich, wenn das Holzverlager zum Beispiel hier hinsetzen, das ginge auch, dass ich einfach sage, okay, komm, weißt du was, leg dich, setz dich erstmal hier hin. Dann würde ich den Fürstern natürlich wieder frei machen, was ganz gut wäre. Okay, hier geht es aber irgendwie nicht. Aber hier könnten wir es setzen. Das ist noch immer in meinen Augen gut. Ich habe schon mal die Brennholzhütte auch schon hier umgesetzt. Dann wird das noch einigermaßen passen. Wir könnten auch hier oben hinsetzen. Allerdings auch da ist wieder die Gefahr, nah an den Tieren zu sein. Aber gut, lasst jetzt nicht zu viel labern. Wir wollen jetzt die Action sehen. Ich weiß doch, dass ihr wollt. Nach 17 Minuten muss man jetzt auch mal sehen, was passiert. Das war viel zu viel Stabilität. Das heißt, jetzt kommt es zum Angriff. Noch einen Tag. Und da ist er. Eine Räuberbanne treibt die Unwesen. Aber hier ist jetzt irgendwie gar nichts gekommen. Oder die kommen noch? Aber eigentlich stand da gerade Mission abgeschlossen. Vielleicht bedeutet das, dass sie jetzt einfach kommen und die Zeit bis dahin vorbei ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt ein bisschen antiklimaktisch. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt passiert ist. Oder ob sie vielleicht doch gleich kommen und ich auf einmal komplett überrascht bin. Kann natürlich auch sein, aber kommt mir ein bisschen komisch vor. Wir haben uns nahrungstechnisch vor allem richtig gut stabilisiert. Die Bären sind natürlich extrem hilfreich. Ihr seht aber, das sind nur die Bären. Hätte ich die nicht gesammelt, wären wir eigentlich schon tot. Das kann man sagen. Also ohne Bären wäre hier gar nichts los gewesen. Und jetzt geht auch der Winter los. Das heißt, unser Brennstoff wird natürlich wieder doppelt so viel verbraucht. Das heißt, wir müssen hier wieder ordentlich sammeln. Und das ist natürlich auch mal so eine Schwierigkeit. Ja, Angriff. Ich sehe es halt nicht. Also scheint tatsächlich einfach... Ne, da kommt doch was. Ach, da ist doch was. Warum sagst du mir das denn nicht? Sehr merkwürdig. Also 18 Leute sind es. Natürlich irgendwie Pöbel. Das ist klar. Effektivität ist aber 107%. Wir haben auch recht gut Moral. Das ist jetzt schon. Ich weiß noch nicht, wie genau, ob das jetzt wirklich bei 107 wäre, wenn wir 107 Zustimmung hätten. Dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir massiv weniger. Ihr seht, das ist so ungefähr wie dieses Banditencamp hier hinten. Da müssten wir die Augen auch immer mal auslöschen, aber dafür müssten wir uns halt wieder Söldner rekrutieren. Was wir aber auch bald können, in meinen Augen, wenn wir uns das Geld hier über die Bogen, wie ich das jetzt plane, wiederholen, sollte das möglich sein. Aha. Na gut, da kommen sie ja doch noch. Ich habe schon gedacht, das wäre aber ein bisschen komisch gewesen. Der Arbeitsbereich ist leer. Okay, hier ist leider jetzt Ende im Gelände. Das ist doof, aber gut, hat uns jetzt erstmal über den Winter gerettet. Von daher passt das doch. Dann können wir nämlich auch hier nochmal ein bisschen was mehr einen abbauen. Aber ich würde das wahrscheinlich erstmal hier umsetzen, zwar hierhin, auch wenn das ein bisschen nervig weit ist, der Platz. Aber wir würden eben meistens erstmal nur Hofstätten bauen, von daher soll es passen. Oh, ich sehe aber hier eine Bewegung von unserem Gegner. Scheint tatsächlich diese Banditen abfangen zu wollen. Kann das sein? Ja, aber komisch, ne? Also ich meine, das habe ich bei Steinmeine zum Beispiel nicht gesehen. Da müssten wir tatsächlich einen neuen Versuch machen, ohne dass uns jemand hilft, weil das wäre schon ein bisschen langweilig. Da müssen wir die K.I. doch abschalten. Wie das ja ursprünglich auch gedacht war. Außer die greifen uns jetzt an. Dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil die bringen uns auf jeden Fall um. Aber es sieht so aus, wenn sich straight halt auf die Banditen zu bewegen würden. Da müssten sie aber auf jeden Fall fixen. Warum sollte er mir jetzt helfen? Ich meine, ich bin ja eigentlich sein, in Anführungszeichen, Gegner, der ja sein Gebiet dann irgendwie erobern will. Und daher sollte er mir ja nicht helfen. Das ist ja sinnlos. Das würde ja keinen, keinerlei Sinn ergeben. Von daher müssten sie das auf jeden Fall dann nochmal ändern. Dann schauen wir uns den Clash da mal an, der jetzt überhaupt nicht bei uns ist. Ihr seht, die Bogenschützen, leichte Söldnerbogenschützen, bellen sich langsam aber sicher auf. Okay, sie versuchen zumindest. Und jetzt geht es los. Sie schießen schon mal. Wir können mal sehen, wie effizient Bogenschützen sind zumindest mal. Das finde ich doch eigentlich ganz gut, dass wir das mal so ein bisschen sehen können. So, was machen die Bogenschützen? Okay, die ziehen sich jetzt einfach zurück. Kein gutes Zeichen. Das sind 36. Die haben keinen Schaden bisher gemacht, aber ein bisschen Schaden. Und das ist die Energie. Und oben ist die Moral. Ja gut, sie haben ein bisschen Moral verloren, aber ich hätte jetzt schon erwacht, dass sie die irgendwie mal, naja, töten. Weil wir hätten jetzt auch nur diese Armee nur noch kleiner. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich ein paar Probleme damit, wenn ich das jetzt mal so sehe. Ihr seht jetzt hier, jetzt gucken wir mal, wie schnell denn die Bogenschützen einen auf die Mütze bekommen. Mit ihrer hohen Effizienz sollten die bewahren... Oh ja, oh Gott, wir hauen die ja richtig um. 32, vier Stunden sind schon gestorben. Beim Gegner noch gar nichts. Weiß nicht, ob man Hit and Run machen könnte. Da haben wir schon fünf gestorben. Gut, Effektivität ist natürlich auch erbärmig bei unserem KI-Gegner. Muss man sagen, okay, jetzt haben sie einen umgebracht, aber haben schon sechs verloren. Das wäre natürlich für uns eigentlich ein Untergang, kann man sagen. Ich weiß auch nicht, wo der Nahkampfkontingent hin ist. Der hatte ja eben... Ah da, der kommt ganz gemütlich dahin. Och ja, lasst euch Zeit, ne, lasst euch Zeit. Kein Problem. Da kommt... Ne. Achso, sie sind schon abgehauen. Okay, die fliehen aber relativ schnell. Sind noch eins, zwei, drei, sechs, neun übrig. Ich meine, es sieht aus, wenn wir sie auf jeden Fall in die Flucht schlagen könnten mit unserer Strategie. Und jetzt bin ich eigentlich so gut wie gezwungen, nochmal neu zu starten, weil das ist natürlich nicht der Sinn. Ich will jetzt nicht, dass der hier irgendwie... Ah gut, er wollte gerade Waldbrand einnehmen. Ich glaube, es kann sein, dass es einfach reiner Zufall war und er tatsächlich einfach nur das letzte Gebiet, was wir hätten haben können hier, um uns herum einnehmen will. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Müssten wir beim nächsten Barbarenkampf dann nochmal abwachten. Schwierig. Schwierig zu sagen. Schwierig zu sehen. Ja gut, dann haben wir unsere Milizen erstmal nichts zu tun gehabt. Aber wie gesagt, wird wahrscheinlich dann leistig sein, weil er hier das Gebiet wieder einnimmt. Jetzt kommen natürlich die... Ja gut, Vorräte ist klar, das kennen wir. Das Banditencamp hat uns hier was geklaut. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja und wir müssten halt das hier besiegen, um halt in irgendeiner Weise sagen zu können, wir können die KI-Gegner da zurückziehen. Der wird auch irgendwann uns angreifen, so ist das nicht. Das heißt, natürlich wird das dann härter. Aber ich hätte jetzt schon so einen kleinen Clash mir gewünscht, um ehrlich zu sein. die positive Seite sehen. Mal gucken, ob ich da nochmal neu empfangen und ohne KI-Gegner. Wir müssten eigentlich nochmal einen Banditenangriff abwarten. Mal gucken, ob ich das dann offscreen mache. Weil ich fände es so ein bisschen zu schäbig. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen würden, so oder so, wenn wir diese noch nicht hätten gebraucht, wäre jetzt hier diese Handelshute einzurichten. Denn ihr seht gleich mal, wie viele Bögen wir haben. Wir haben Bögen, wir haben 53. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall diese Handelshute einrichten. Denn alles andere wäre halt komplett wahnsinnig, um ehrlich zu sein. Also das wäre wirklich komplette Verschwendung von allem. Denn wir brauchen dringend die Kohle. Das heißt, wir würden jetzt einmal hier schön reinratzen und gehen auf Handel, gehen auf die Bögen und sagen einmal, ja, okay, wir wollen exportieren. Und zwar wollen wir, ja, wie viel lassen wir über? 18 haben wir, sagen wir mal, 20 erstmal. Momentan kommen keine neuen Familien. Also sagen wir, 20 wollen wir übrig lassen. Und das heißt, wir würden 34 verkauft. Das bedeutet, wir würden 5 mal 34 bekommen. Also 150, oh Gott, das ist spät, ich kann nicht mehr so gut rechnen. 150 und nochmal 20, also 170. Genau, wusste ich natürlich direkt. Ist ja ganz klar. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil. Wir können jetzt gucken, ist das das ja schon? Einer von den beiden muss es ja sein. Könnt ihr euch mal Kohle angucken, die ja jetzt kommt. Schauen wir uns doch mal ganz genüsslich an, wie er jetzt ein kleines Pferdchen da rein bewegt. Und? Ist es das? Oder ist es ein anderer? Jetzt hat nicht das ein anderer. Ach, wir haben ja noch gar nicht eingelagert. Okay, ich schade euch dazu, wenn eingelagert wurde. So, jetzt gucken wir noch mal zu. Ganz spannend, weil wir haben es ja nicht eben schon mal gesehen. Okay, ich schicke ihn noch ein bisschen nach vorne mit seinem Pferdchen. So, wir haben noch nicht alles eingeladert, also erwarten wir jetzt nicht so viel Geld, aber 37 sind schon mal drin. Das, obwohl das müssen sie doch sein. Wir haben 7, ja doch, müsste. Gut, wir haben die schnell gemacht. Und jetzt guckt euch das Geld an. Guckt es euch an. Ja, ich, du, ja, du, warum nicht? Das, warum, was? Okay. Ähm, Okay, also wir haben gerade irgendwie den Moment der antiklimaktischen Folge. Warum hast du nichts gekauft, mein Freund? Was ist dein verdammtes Problem? Es kann sein, dass das letzte Bretttyp noch war. Ich habe mich jetzt auf keinen Handel gedrückt. Dann gehen wir doch einfach mal auf die Wand und gucken mal, wir können ja immer schauen, wo ist der Mösch. Der kommt da. Natürlich wusste ich, es ist der mit dem schönen Jägerhut. Das ist ja ganz klar. Also jetzt aber. Wirklich. Vertraut mir. Ich bin George R. Martin. Ich lasse euch einfach nur warten. Ich sage euch jetzt gleich. Jetzt gleich passiert. Jetzt gleich kommen die Drachen. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt aber. Guckt euch das Geld an. Oh, bitte, wenn das jetzt schon wieder nicht kommt, dann kriege ich echt einen Rappel. Aha. 196 Regionsvermögen. Also die Bogenstrategie finde ich schon mal ziemlich gut, denn jetzt könnten wir sogar theoretisch den KI-Gegner angreifen. Wir könnten uns jetzt hier die dicksten Garnisonen holen oder Söldner holen und tatsächlich den Gegner komplett aus dem Leben klar nudeln. Denn ihr seht, wir haben schon wieder 21. Wir haben also schon wieder einen Surplus, also ein mehr und könnten jetzt schon wieder ballern. Wenn wir jetzt also einen richtig regelmäßigen Brettervorrat anlegen könnten, was wir momentan einfach nicht können, weil wir nicht genug Familien haben, ihr kennt das Prinzip, dann könnten wir tatsächlich hier massiv weich werden. Und dieses Geld können wir natürlich wieder, denkt dran, refinanzieren, um halt auch ein besserer Söldner oder bessere Belizen zu produzieren oder halt um andere Handelsgute einzurichten. Zum Beispiel sagen, hey, weißt du was, ich habe gar keinen Bock mir selber irgendwie Essen zu produzieren. Das heißt, ich könnte mir einfach hier Brot kaufen, wobei 14 schon verdammt teuer ist, um ehrlich zu sein. Aber ihr versteht, was ich meine. Man könnte also theoretisch auch hier nochmal was upgraden, man könnte sich auch Holzteile holen und wir könnten jetzt auch mit diesem Handel, den wir haben, tatsächlich sagen, okay, dann holen wir uns Schilde, kleine Schilde und holen uns Sperre. Die sind natürlich schon teuer, aber man bräuchte jetzt auch nicht 100 Stück. Wir haben ja jetzt auch nicht so viele Männer, wir bräuchten ja einfach noch viel mehr Männer, damit das überhaupt in irgendeiner Weise wirklich funktionieren könnte. Aber das wäre jetzt zumindest die Idee. Sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Die Frage halt nochmal, okay, wie sieht es aus mit dem anderen Herrscher? Würden wir da jetzt sagen, okay, nee, wir müssen da jetzt schon irgendwo ohne den KI-Gegner spielen oder ist der KI-Gegner tatsächlich der bessere Gegner? Und das war reiner Zufall, dass die Banditen uns nicht angegriffen haben oder eher die Banditen angegriffen haben. Das wäre jetzt die Option. Das würden wir, müsste ich jetzt, wie gesagt, mal aufgleichen gucken. Wenn sich da jetzt sonst irgendwas anders ereignet, kann ich immer reinschalten. Aber ich würde eigentlich mal gerne sehen, ob diese Banditen, Herden, die ja jetzt eigentlich schon wieder eigentlich sich anmelden sollten, müsste aber im Dezember jetzt irgendwann passieren, ob die dann wieder abgewehrt werden von dem. Wobei er halt, wenn ihr sehen könnt, hier eigentlich alles an der Karte hat. Er hat ja schon fünf Gebiete, also innerhalb von einem Jahr hat er sich fünf Gebiete einverleibt. Wenn wir die jetzt erobern würden, müssten wir sowieso einiges tun. Von daher glaube ich, dass er sowieso alles abwehrt, weil sein Gebiet halt immer bedroht wäre in dem Sinne. Von daher weiß ich nicht, ob sich das überhaupt nochmal ändern würde. Einiges später, wir sind noch mal im Versuch drei, haben wir einiges geschafft. Und zwar habe ich ein Steinmetzlager, Lehmgrube, und ein Feld, und ein Bauernhaus gebaut. Also eigentlich alles, was wir für die Versorgung brauchen. Wie schnell die Steine abbauen, ist schon echt ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt irgendwie 80 Steine, ich habe gar keinen Platz mehr in meinem Lagerhaus. Ich habe die irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt zwei Minuten laufen lassen. Wir haben jetzt zehn Familien, ich bräuchte tatsächlich noch eine Elfte, ganz ehrlich. Wir brauchen dafür aber nochmal ein Häuschen. Irgendwie habe ich so ein A-Bucks, finde ich. Also manche Häuser wollen sich einfach nicht mitwaren, obwohl dieser Wagenplatz direkt da ist, bestücken. Was dann baut hier einer die ganze Zeit einen Lebensmittelstand, obwohl hier schon ein Lebensmittelstand steht, der halt noch nicht mal voll ist. Das gibt mir zu top, die Nerven. Ihr seht, warum? Warum machen die das? Das heißt, sie brauchen irgendwelche Ressourcen hier, also Arbeitsressourcen, um einen Stand aufzubauen. Mein Jäger ist nicht ganz so schlimm, weil die die Hälfte der Zeit eh nicht arbeiten können, weil die Tiere zu wenig sind. Von daher lassen wir es jetzt einfach erstmal so stehen. Dann habe ich hier ein Holzfällerlager und das Jäger probieren gesetzt. Was wir jetzt halt haben wollen, ist unser Herrenhaus. Und ihr seht auch, wir haben schon mal einen neuen Entwicklungspunkt. Aber erstmal machen wir ein Herrenhaus. Ah, kosmetisch, ne? Wie machen wir das Herrenhaus? Hier eigentlich so hin, irgendwo so am Rand. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, früher, wenn es ganz, ganz früher war, das Herrenhaus, kommt auf an, welche Stufe es hat. Aber jetzt, wo wir so ein ganz kleiner Vogt oder sowas sind, sind wir eigentlich eher im Dorf selber. Also es ist nicht so, dass das immer da ganz weit außen war. Das war erst bei den höheren Rängen. Aber so ein Vogt war eigentlich immer mitten im Dorf drin, weil der hatte ja jetzt erstmal keine Riesengemeinschaft, die irgendwie über Kilometer zu ihnen reisen würden. Das war erst, wenn die in den Rängen aufgestiegen sind, da wir noch kleine, ja, Hubser sind, sag ich mal. Würde ich es tatsächlich einfach hier hinsetzen erstmal. In die Mitte, wo da ist vielleicht wegen der Gelberei nicht so schön, finden wir einfach auch hier neben dem Bauernhaus setzen, fände ich auch nicht schlecht, weil das auch ganz hübsch ist neben dem Feld. Lehmgrube übrigens leuchtet die ganze Zeit so merkwürdig. Naja, ignorieren wir mal. Können wir gleich mal gucken. Ich gehe mal ganz kurz um ein, was wir hier bei der Stadt nehmen würden. Also wir haben mehrere Optionen. Wir könnten halt mehr heute sammeln. Ist momentan nicht so das Problem. Kann natürlich sein, was noch zum Problem wirkt. Dann haben wir hier diese Handelsrouten um 25 runtersetzen. Problem sind aber eher die Kosten an sich, die ja jedes Produkt trägt. Dann können wir Schäfe, Schafe, Schafe züchten, wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich würde aber den schweren Flug tatsächlich nehmen. Wir könnten eine Flugstelle hinzufügen und dann können wir Ochsen, ich habe nämlich auch schon Ochsen gekauft, wir haben jetzt ein Pferd und also hier einmal noch einen Ochsen an einem Anbindeposten und hier haben wir einen kleinen Stall gebaut und da haben wir einen Pferd und einen Ochsen. Das ist also momentan sehr ruhig, muss ich sagen, dafür, dass es hier wirklich Ressourcen hatten. Der Gegner nimmt natürlich alles ein. Das heißt, das ist natürlich jetzt das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Irgendwie kommt auch kein Banditenangriff mehr. Also wir haben ja jetzt mehr zu hier sehen können. Ich weiß nicht, ob ich das Video mal weggeklickt habe, aber bisher habe ich da jetzt nichts gemerkt. Finde ich ein bisschen komisch, weil häufig heißt ja eigentlich in meinen Augen jedes Jahr, ich glaube, da war doch auch der Intervall so angegeben. Keine Ahnung, ob das vielleicht ist, weil die KI den umgehauen hat. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich tatsächlich den schweren Flug nehmen, weil ich jetzt wirklich mal hier die Felder ausbauen will. Das heißt, wir würden jetzt hier einen schweren Flug oder eine Fluganbindestelle würden wir da einmal hinzufügen. Das kostet einfach nur ein Holz hier, wird dann upgradeet und dann haben wir das verhaftet. ich habe ein riesiges Feld angelegt und habe bisher nur eine Familie drin, weil wir einfach, das sieht man jetzt nicht, weil wir nur zehn Familien haben. Wir brauchen halt noch mehr. Das heißt, wir müssen nochmal ein Haus auch bauen, aber wir müssen natürlich auch jetzt eben gucken, wo das Herrenhaus hinkommt. Ich gucke einfach mal, wo ich das hinpacke. Wichtig ist halt, wir brauchen die Verwaltungsstufe, weil ihr seht hier, wir kriegen schon Abzug auf die öffentliche Ordnung dabei. Ja, ansonsten haben wir natürlich Mangel an Unterhaltung und so weiter noch immer, das ist klar. So, ich habe das Herrenhaus jetzt einfach in den Bauernhaus gestellt und wir bauen einen Garnisonssturm dazu, denn jetzt haben wir nämlich militärisch gesehen noch die Folge dazu. Das heißt, wir können langsam unser Euglein mal wegen dem Wichtigsten, was der Mensch hat. Was ist das Wichtigste, was der Mensch hat? Fragt ihr? Alkohol. Das ist es doch, weil, wenn ihr mal schaut, wir brauchen ja irgendwann mal Unterhaltung und der Alkohol, der muss halt fließen. Funktioniert ja hier irgendwo, haben wir ja bei uns drin, kein Problem, haben wir hier auch unser Feld drin, aha. Problem ist, wir brauchen Gerste und Gerste seht ihr, unser Land ist ziemlich tot. Ich meine, könnte man hier irgendwo hinsetzen, aber hier, guckt euch das an, dieses Land ist Gerstenterritorium und das bräuchten wir halt. Was dazu kommt, gut, Lehmgrube ist noch cool, hier könnte man halt Eisen haben. Das heißt, wir sollten langsam, weil es auch gerade ein bisschen zu viel Ruhe ist einfach, mal so ein bisschen militärisch bruschen. Sonst wird das hier auch einfach zu starr. Wir müssen ja auch irgendwie mal die Leute auslöschen, das ist ja ganz klar. Mehr ist noch nicht dazu gekommen, ich baue jetzt hier noch einen Brennofen, damit wir auch die Kirche upgraden können, weil ihr seht hier oben, unsere Zufienheit fällt natürlich immer weiter. Liegt vor allem an dieser verfluchten Unterhaltung, das ist das große Problem. Aber wir haben zumindest noch ein paar Familien bekommen, aber wir haben zumindest noch genug Lebensmittelvielfalt und so. Das kann sich aber jederzeit ändern und deswegen sollten wir schauen, dass das alles in sauber Bahnen läuft. Denn wir haben ja schon gesehen, wie schnell das von 63% auf 20% runterfallen kann. Und dann sind wir so ganz schnell wieder tot. Unsere erste Ernte wird eingefahren. Relativ früh, obwohl gerade am Herbstanfang passt das ja ungefähr. Das ist noch nicht schlecht, ein riesiges Feld. Ich hoffe, dass das auch wirklich was bringt, weil es sollten irgendwie, ihr Trag ist 380. Sehr gut. Schon 28 auf Lager, jetzt muss ich nur noch die ganzen Facilities bauen, um überhaupt da wirklich voranzukommen. Produziere oder platziere hier wieder unsere ganze Holzfeldergeschichte oben, damit das funktioniert. ansonsten, wie gesagt, ist es sehr ruhig gerade. Ich wollte eigentlich hier ein Pferd reinholen, aber da verworfen wir wieder einen Anbindebalken. Ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt da ist. Ich werde auch bald nochmal verkaufen. Ihr seht, wir haben 75 Kriegsbögen. Das reicht, glaube ich. Und wir haben natürlich auch unsere erste Gefolgschaft. Ich weiß nicht genau, wie man die jetzt irgendwie ergänzt. Also dass ich sage, okay, ich will mehr ins Gefolge hinein haben. Aber wir haben 28 Bogenschütze und 5 Gefolgsleute. Plus wir haben ja 200 Regierungsvermögen, wie wir sehen können. Das heißt, wir können uns auch immer noch Söldner anheuern, die wie hier zum Beispiel drei leichte Söldnerinfanterien sind. Damit sollten wir eigentlich auch das Gebiet dann bald angreifen können. Aber gut, ich bin nicht sicher, werden wir sehen. Wenn es dann daran scheitert, werden wir Versuch 4 machen. Ja, und natürlich habe ich hier die Kirche mal ausgebaut. Habe ich gar nicht vergessen. Ich habe da extra Ziegel angesetzt, damit wir hier mal die kleine Steinkirche haben. Das Hunterbau, ihr seht natürlich, recht rustikal. Da ist jetzt nichts mit Dom oder so zu vergleichen. Fachwerk oben. Und hier schön so ein richtig reingeklatschter Ziegel-Lehm-Misch. Da oben sind die Ziegel, aber hier der Lehm, das ist eher so ein Lehm-Gemisch irgendwie hier unten. Und halt rohe Steine angesetzt. Sieht ziemlich cool aus. Passt auch sehr gut für so ein kleines Dorf. Ist halt nicht so eine pompöse Kirche natürlich. Aber was interessiert uns dann eigentlich, das Quatsch ja vor allen Dingen, wir haben jetzt die Kirchstufe. Das heißt, wir kriegen jetzt konstant Plus dadurch. Dadurch können wir diese blöden Mangel an Unterhaltung, wie ihr seht, noch immer kontern. Dann können wir nämlich langsam auch ein paar mehr upgraden. Aber Mangel an Unterhaltung wird halt immer unser Problem sein. Vielleicht müssen wir doch langfristig tatsächlich Bier importieren. Das kostet allerdings, ohne die Fähigkeit 144 Uhr aufzumachen. Vielleicht wäre es eine Option, dann doch nachher noch auf Handelslogistik zu gehen, damit wir da schnellstmöglich rauskommen. Wäre auch nicht schlecht. Und wir könnten hier zum Beispiel auch die besseren Geschäfte nehmen. Da braucht man noch zwei Stufen. Vielleicht hätte man doch darauf gehen sollen, der Flug, ich glaube, den habe ich jetzt gar nicht so dringend gebraucht. Das ging eigentlich auch mit den zwei Familien da ohne Probleme. Weiß ich jetzt nicht genug. Kann ich jetzt nicht ganz gut einschätzen. Ich habe auf jeden Fall mal sagen würde, wir sind jetzt in der Phase, dass wir sagen, ja, dritter Versuch sehr stabil momentan. Da passiert auch, glaube ich, jetzt momentan nichts. Wir müssen uns jetzt halt der KI erwehren und die Gebiete zurückerwohnen. Wenn das jetzt wirklich so ist, wie ich mir denke, also dass es recht ruhig bleibt. Keine Ahnung, wo die Banditen hin sind. Frag mich nicht, ob das ein Bug ist oder sonst was. Kann halt sein, weil die KI die wirklich einfach ausgenockt hat. Aber an sich sollten die außerkarten Banditen an Griffe halt immer kommen. Bisher habe ich keine Nachricht mehr bekommen. Vielleicht machen die auch ein Jahr Pause. Ich weiß es nicht genau. Da werde ich ein bisschen sehr schwach dann für die höchste Schwierigkeitsstufe. Aber gut, werden wir ja dann sehen. Wir werden dann den nächsten Part beenden und dann im nächsten Part mal schauen, ob wir dann die wirklich Aggressionen rangehen, mal richtig auf Waffengeschäft gehen und dann die KI beseitigen. Wenn das wirklich ganz einfach klappt, dann haben wir es ja eigentlich sogar schon geschafft, dass wir sagen können, ja, Hardcore-Männerlords geht. Wir haben natürlich keine große Stadt. Das heißt, das ist natürlich nur eine große Herausforderung. Wir sind momentan nur ein mittleres Dorf und müssten dann nochmal ordentlich aufrüsten. Aber das könnten wir ja dann in Ruhe machen, wenn wir endlich unseren Alkohol haben. Denn Alkohol hindert uns einfach daran, jetzt konstant auf Stufe 2 abzugraden. Denn ihr seht es immer, das sind Minus 10 momentan. Wenn ich da jetzt noch mehr upgraden würde, wären wir auf Minus 15, 20 und so weiter. Und das könnten wir uns irgendwann nicht mehr leisten. Und dann kommt es wieder zum posttraumatischen Belastungsstörungen von der ersten Folge. Also von daher, so können wir es gut verlassen mit einer schönen Steinkirche. Hier ein Herrenhaus mit einer Garnisonsgeschichte dran. Also Garnisonsturm. Plus ein schönes Bauernhaus. Also wir sind eigentlich wirklich gut dabei. Müssen uns jetzt halt militärisch aufrüsten, um zum Gegenschlag auszuholen. Oder falls uns auch die KI, denn die nimmt jetzt das letzte Gebiet auch ein, hat sie eingenommen. Wenn uns die KI jetzt angreifen will, müssen wir uns ja auch verteidigen können. Das heißt, jetzt wird es wahrscheinlich kritischer. Und das packen wir dann in die nächste Folge. Also danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo da und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.